Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Es ist kostenlos und würde mich wirklich riesig supporten. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an und wir haben heute einen sehr besonderen Skin drin und zwar das Schlachtenstäbchen. Bisher war es ja eigentlich immer so, dass der Fischstäbchen-Skin hier super viele verschiedene Stile bekommen hat. Mittlerweile einfach 4 Stile für einen blauen Skin, was schon ziemlich krass ist. Jetzt gibt es mal tatsächlich ein Prinzip, den gleichen Skin, den man aber neu kaufen muss. Allerdings sieht er schon deutlich abgeändert aus. Das Backpack ist leicht anders, wobei das eigentlich noch relativ wenig ist. Ist auch reaktiv, was genau da reaktiv ist, weiß ich nicht. Vielleicht wenn man im Wasser ist, dass sie dann singen. Dann schlachten Stäbchen selbst. Sieht ziemlich cool aus hier oben mit diesem Band einfach um den Kopf herum. Ne, nicht als Geschenk kaufen. Wie gesagt, einmal hier die Standard-Variante, dann ohne Gesichtsvermalung und dann noch mit Helm. Mit Helm sieht er jeweils wirklich sehr, sehr witzig aus. Ist schon ein cooler Skin. Dann haben wir heute den dunkle Vorhut-Skin aus Season 3. Dann das Weltraum-Lande-Gerät und dann im Prinzip den gleichen Gleiter einfach nochmal weiß. Mittlerweile wäre es safe so, dass man zwei Stile dann einfach bekommen hätte. Allerdings dafür dann beide Gleiter zu kaufen, wäre ein bisschen unnötig. Dann haben wir den großen Schluckus. Die Doppelzapfer. Die Schlürflackierung leider nicht animiert. Dann den Seestern-Skin. Auch passend zum Fischstäbchen bzw. zum Schlachtenstäbchen. Ja, jetzt. Dann das Cover-Emote. Dann als nächstes rote Tarnung als Lackierung. Dann heute neue Blasen-Kamu. Eine animierte Lackierung, die tatsächlich ziemlich cool aussieht. Einfach Kamufla-Schluck und dann hier die Blasen, die so aufsteigen. Sieht cool aus. Dann Bryce-Skin. Und dann setze ich noch. Kommen noch als Mode aus Season 4. Das war es dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung auf dem Video da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.